Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Wir sind hier stehen geblieben bei diesem Sprung, den wir nicht hinbekommen haben, weil wir wahrscheinlich hier hoch und runter laufen müssen. Soweit waren wir auch schon beim letzten Mal. So. 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 Ja, irgendwann klappt es. Ich hoffe, dass es noch wichtig ist. Ach ja, genau. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Hier sind... Oh, fast. Ich bin Mr. Green Iron. Oh, Psycho Gaming Crew, falls ich das vergessen habe zu erwähnen, da ich direkt einfach mal angefangen habe zu reden. So, diesmal aber mehr. Ich guck mal, ob das mit dranhängen auch geht. Nein, aber scheinbar geht's nicht. Gut, ja. Jetzt müssen wir nur rumlaufen. Oh mein Gott, hin. Und her. Ach, ich... Ich finde es einfach nur doof, hier so, das hier so zu machen. Oh mein Gott, aber jetzt muss es doch gehen. Boah, ich bin so gut, ne? Ja. Genau. Genau. Ich weiß natürlich, wie das geht. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal dieses Anwag Köln machen. Oh man. So, hier hin. Und dann... Ach, einfach immer hier auf diesen schwarzen Balken, dann geht's schon schneller. Habe ich gerade einfach mal so genau. So, aber jetzt wieder... Ja, genau. Und ich weiß jetzt, dass wir das so drücken müssen. So, ja. Wow, geschafft. So. Ich weiß gar nicht mal, was wir gemacht haben da unten. Na ja. Wen interessiert's? Das einzigste, was interessiert... ...ist jetzt... ...wahr ich eigentlich gar nicht mehr. Hm. Das ist ein Mystery. Okay, ich glaube, ich hab's. So, wir stellen das dann... ...hier oben hin, Folgezeichen. Hm, hm. Hm. Egal, guck mir mal, was ist noch so. Achso, okay. Um da hochzukommen. Braucht man die. Und zack, hoch, da hoch. Ich sag doch hoch, verdammt. Mann, mein Stuhlnerv, der quietscht immer so, wenn ich mich darauf bewege. Und hier, du wirst das machen lassen. Blib, 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 blib. Warum hier den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir mussten ziemlich viel... Ja, nee. Hier wurden wir dann von diesem Ding... ...genommen. Da muss man jetzt schlecht laufen. Und hier ist nichts. Und was wir machen müssen, das weiß ich natürlich wieder nicht. Und wir springen einfach nur rum. Ja, Mann. Wir sind so da, dass wir es können, hier rumzuspringen. Okay. Warum gehen wir nicht weiter? Danke. So, jetzt springen wir und springen und springen und laufen. Okay, ich bin mir sicher, dass ich gern muss. So, perfekt. Aber... Ich muss da, glaube ich, hoch. So, hier so. What the fuck? Wie habe ich das... Wie habe ich das getätigt? Egal, ich habe es geschafft. Was will man mehr? Und hier ist wieder ein Schäbel. Okay. Der kommt nicht so ganz da dran. Was passiert, wenn ich das jetzt... Nein, das geht absolut gar nicht. Komm runter! Okay, gibt es hier irgendetwas, was ich mitnehmen kann? Nein. So, wir können es aber wieder hier anschützen. Aber ob es was bringt, das weiß keiner. Lass mal los. Okay, ich weiß, wie es geht. Hm. Wir können das hier bestimmt irgendwie... Warte, vielleicht muss es mir etwas... Hm. Ich glaube, wir müssen das mit nach oben nehmen. Habe ich so das Gefühl. Dann lasse ich mich mal kurz töten. Wenn ich nur wüsste, wie. Es gibt nicht zum Umbringen. Nein. Was ist das hier? Nichts, okay. So, und jetzt tot. Sofortiger Tod des Käfers. Ich frage mich echt, was da unten ist, weil es wird dann immer schwarz. Und es würde mich sehr interessieren, was es da gibt. So ein Stacheln. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt den... Ding. Ist der Boomster? Nein, hier. Spaß. Kein Ding, der Boomster, sondern... ...unser coolen Kasten. Den stellen wir... ...hier hin. Und dann müssen wir uns hier irgendwie betätigen. Ha. Warum bin ich nicht sofort drauf gekommen, dass ich einfach den... ...knopf drücken muss. ...hier hin. Nein. Lassen wir mal unten. Kann ich hiervon eigentlich zerquetscht werden? Nein. Nein. Wir wollen es gar nicht erst testen, das war. Genau so. Padam. Der Ertada. So, jetzt vielleicht... ...hier hin. Vielleicht ja echt so... ...hier hin. Hm. Mann. Wieso? Hm. Hm. Also, ich kann das ja schon mal runterlassen, hier. Aber das ist echt schon ein komplizierteres Rätsel. ...wenn ich weiß nicht... ...wenn ich weiß nicht... ...wenn es gehen soll, dann... ...wenn... ...wenn... ...hier hin. ...wenn ich... ...kasten... ...kasten... ...wir brauchen... ...kasten. Hm. Was gibt's denn hier? Gibt's irgendwas? Hm. Hm, hm. Ein zweiter Kasten wäre jetzt eigentlich super... ...geil gewesen. Hm. Ich weiß es echt nicht. Hm. Hm. Hm, vielleicht klappt das hier echt. Mal gucken. Und... ...yabadabadu! Das hat nicht geklappt. Ob das auf etwa nur, wenn das auf der Seite ist, oder... ...soll ich das jetzt verstehen? Und... ...yabadabadu! Okay, nochmal. Yabadabadu! So, da bleiben, da bleiben. Yabadabadu! Hä? Manu! Wie funktioniert das? Gib mir doch ein Ding! Und... ...yabadabadu! Funktioniert immer noch nicht. Kann man dich mitnehmen? Nein. Hier kann man irgendwas mitnehmen. Ne? Warum? Wo? Ich muss an das Seil kommen und das schafft mich nun mal nur damit. Warum haben die auch hier so ein Ding hingemacht? Ich gehe doch mal auf Seite. Warum ist das so? Warum? Ich weiß es echt nicht. Wie soll das gehen? Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal nicht weiter hier herumprobieren. Einfach so, weil das ist ja auch ziemlich langweilig jetzt irgendwie, ne? So, zehn Minuten nur an der selben Stelle zu hängen. Ich will... Ich mag dich, du magst mich, ne besseren Freund als dich. Wir umarmen uns nun ein Küsschen, liebe ich dir. Keiner ist so drauf wie wir. So. Jetzt gucke ich aber nochmal hier unten. Mhm. 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 Um ehrlich zu sein, weil ich gerade gar nicht was ich hier gemacht habe. Was ist das? Oh ja, stimmt. Okay, da ich nicht weiter weiß, werden wir uns im nächsten Part sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.